Dortmund gegen Girona Girona hat echt schon einen Punkt, Alter Mhm Wow Okay, jetzt weiß ich, was ich bei Girona noch nicht gemacht habe Die neu geholten Spieler sind noch nicht auf der Reserve So, dann machen wir da mal den Beginn Okay 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 Ja, dortmund hält bei vier Punkten Girona bei einem Punkt Okay 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 Der Hohepass war unnötig. 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 Wenn ich gewusst hätte, dass der daneben rutscht. Ich habe schon Schuss zurück gehabt, bevor der Ball noch bei ihm war. Weil ich mir gedacht habe, das wird sehr knapp, dass er ihn erreicht. 2 zu 0 fliegen. Der Dortmunder. Der Bilanz sagt doch einiges aus. Nein. Das zeigt er mir jetzt an. Oh ja doch. Das ist uncool. Hätte man es nicht vor dem Wechsel anzeigen können. Oh, wie ist das? Puh! Das ist jetzt euch. Ich habe da eh noch einen Ersatz. Puh! 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 Ja. Der Jevinu ist leider verletzt. Vielen Dank. 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 Oh, ich kann nicht mehr wechseln. Das ist natürlich echt laut. Vielen Dank. Das ist ja... Fuck. Und... 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 ... Und... ... 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